hey freunde freien stock wieder hier schön dass ihr dabei seid ich hoffe euch geht's gut ja mega dürfte teil 2 ich habe ja gesagt da kommen mehrere teile weil für mich sind mega dürfte einfach die ja fast besten die es gibt ich stelle natürlich meine mega dürfte vor das ist ganz klar ich kann nicht jeden geschmack treffen auch wenn ich die dürfte und natürlich verlinke wie immer schaut mal rein und für alle neun die das erste mal heute dabei sind bleibt ihr schaut meine fast 500 videos bis jetzt gedreht habe ich bin seit über 20 jahren ja mit leidenschaft ja in diesem game könnte man schon sagen ich sammle seitdem ich zwölf bin glaube ich zwölf dürfte ich liebe einfach dürfte und ja wir fangen jetzt gleich mal an so in teil 2 mit den ersten mega duft ja passt das auch und zwar mega mehr ja mega mehr von ordo parisi ist ein sehr sehr geiler duft wenn du was richtig starkes haben möchtest ja aquatisch stark ist der stärkste duft der welt mit wirklich denn der hält ewig seit sich als wenn ich sag ja mal als wenn du die titanic aus dem meer geholt hast mit alten salz und einfach ja rost noch ein bisschen lasst euch nicht abschrecken aber das ist ein hammer geiler duft richtig salzig das meerwasser der hält ewig wie gesagt nach dem duschen den habt ihr immer in der nase der auf dem hoodie oder wo auch immer hält der ewig absolut ewig mega mehr geiler duft von ordo parisi so der nächste ja der nächste konferste von die hunders und mortel skin model skin ist für mich ein sehr uniker duft also wer ist so einzigartig durch die brombeere und die echte tinte die hier drin ist ist geil ein bisschen süßlich muss man mögen und viele sagen die ist nicht so stark er ist noch nicht immer da aber er kommt einfach wie eine schlange immer wieder hervor und ist auf einmal da und beißt zu im endeffekt und mortel skin ist wirklich sehr sehr geil sterbliche haut heißt das ja ja im endeffekt es ist ein bisschen diese trockenheit und wenn du der ist ganz schwer zu beschreiben also ich finde wirklich sehr schwer zu beschreiben und denn die echte tinte die da drin ist also der hat schon ziel und noch mal für leute es gibt viel fähig was diese dürfte angeht und vor allem flakons wenn hier um dem um das maul rum so was weißes ist weiße striches kann man sehen auch bei parfum übrigens sind die es sind super bilder auf der seite werde ich jetzt betonen das ist einfach mal aber da haben auch einige ich habe mit dem chef gesprochen und haben einige den falschen flakon das heißt den fake flakon ihr müsst aufpassen da sind das viel mist unterwegs aber auf jeden fall sehr geiler durch mortals kennt stephanie humbert lukas so der nächste kommt von tweet und ihr wisst ja meine meinung zu tweet aber das ist der beste und zwar royal ut das ist zwar noch die 2 15er version aber ja die soll auch verwässert worden sein der aktuelle aber das ist wirklich der geilste duft für mich immer schon seitdem ich ihn hatte oder habe pfeffrig würzig cremig ein bisschen gut ich weiß gar nicht ob da wirklich gut drin ist aber wenn nicht viel und definitiv auch kein echtes aber der ist so ja der legt sich einfach um ja und auf dich rauf und um dich rum ist wirklich sehr sehr nice und ja ihr müsst wirklich mal royal testen ist nicht jedermanns sache so ein bisschen für leute die wissen schon erwachsen sind ab ich würde mal sagen aber 28 perfekt vorher nicht aber noch mal ihr könnt ihn trotzdem tragen weil ich sag ja immer es ist doch scheißegal wie alt ihr seid wenn ihr den liebt und wenn ihr 16 seid und ihr liebt diesen duft ja dann tragt ihr royal ut sehr geil so der nächste kommt von armani und zwar armani code profumo ja warum armani code profumo weil er einfach der ladykiller ist wirklich es ist ein ladykiller süß vanille tonka bohne etc pp hammer geil hammer starke ausstrahlung richtig nice und jede frau mag ihn im club im bars wenn ihr den ich sag das ja immer wieder wenn ihr sagt hier guck mal den trage ich heute dann sagen viele das mag immer weg wir da man die code oft aber wenn ihr entragt und ihr das natürlich hier nicht ihr lauft ja nicht mit dem flakon durch die geht man kann man auch machen aber dann sehr sehr geil jeder oder jede frau liebte und auch die typen der duft ist geil der ist wirklich gut und er hat immer noch eine ganz starke haltbarkeit das einfach ist einfach ich habe eine ganze weile gesagt der ist zu synthetisch aber dann war tatsächlich ich habe ja noch nie ein flakon gehabt der gekippt ist aber dann war das der den ich bei du glas wenn der da in der wärme steht auf dem licht immer als er war fürchterlich so und der ist jetzt wieder perfekt jetzt ist natürlich auch so dass ich ihn natürlich ordentlich ihr müsst die immer ordentlich im parfüm schrank oder im dunklen bei 18 grad am besten das klappt natürlich nicht immer müsste die aufbewahren und da passiert gar nicht so zum nächsten so der nächste kommt von dior und zwar ist außer war 2017 die 2017er version ja geil die 2 12 war schon richtig für mich auch noch ein tick besser habe ich auch noch gibt es nicht mehr das ist aber die beste reformulierte version die ich bis jetzt überei gerochen habe auch diese würzigkeit cremig grün absolut nice also wenn die ein das ist auch ein herrn duft so das ist wirklich ein herrn duft und ja ich kann ihn trotzdem nur ans herz legen die man zu testen der hier in der luft liegt absolut geil absolut nice und da liegt die betonung auf alles wieder freigen stock immer sagt sehr geil au zavage parfüm 2017 so der nächste prada mit pradalom ja natürlich was sonst klar nämlich pradalom rein warum das ist der saubermann oder den dürften und dann wieder ihres noch dazu im büro einfach perfekt leicht fruchtig süß richtig lecker damit seid ihr bestens aufgehung im büro definitiv und die ladies mit denen im büro arbeitet leben diesen duft einfach als ich kenne ich eine die bis jetzt gesagt hat das richtig gut nein gibt es nicht pradalom richtigen als muss man auch nicht mehr viel zu sagen für leute das ist pradalom das original vorne durchsichtigen schwarz viele frage es gibt wirklich die wird angeschrieben was ist der original also leute wirklich sehr sehr nice so der nächste ist ein amourage und zwar reflection man ja das ist der duft und das kann ich jetzt mal erwähnen ich habe es auch schon mal ich habe schon mal video dazu gemacht viele fragen mich was für ein duft dog soll ich tragen wenn ich zur hochzeit gehe dieser duft auch wenn du heuer sorry auch wenn du heiratest dieser duft geht blumig süßlich leicht süßlich trotzdem frisch putrig fünf prozent fünf prozent dna im hintergrund von lehmann schreckt oder lasst euch nicht abschrecken es ist trotzdem nicht der duft und der ist eigenständig ja der wird noch oder der wurde noch in oman gemacht aktuell sind hier möchte nichts falsches sagen nach england gegangen ich weiß nicht ob die qualität genauso bleibt auf jeden fall hier reflection man sehr sehr geil muss in jeder sammlung so der nächste der auch in jeder sammlung los für mich ist ein montal ihr hört es und zwar full incense warum den ist es für mich immer noch ich nehme das erstmal ab wie ich immer schon sagt das geklimper hier voll incense ist für mich der beste weihrauchduft es mag sein dass da noch ein zwei weihrauch dufte die besser sind aber die sind der meiste stärker er rundet das komplett ab und auch irgendwie die die kirche wo er reingeht ja das ist der weihrauch in der kirche wenn ihr da was ich was macht betet oder einfach nur durchgeht und so weiter und so fort sehr sehr geiler durch für mich auch man könnte schon sagen der beste der beste montal mit also wirklich der ist wirklich gut und der gefällt mir hält lange hält lange alle dürfte die ich bis jetzt vorgestellt sind jetzt keine dürfte die zwei stunden halten also den testet man auf jeden fall sehr guter montal dürfte so der vorletzte den gibt es leider nicht mehr aber trotzdem es ist egal auch in dieser also in diesen teilen kommen auch dürfte vor die es nicht mehr gibt es ist auch klar weil es eben mega es geht um wirklich für mich persönlich meine mega dürfte und perry ellis und black vanille absolut gehört einfach dazu das ist der duft schlechthin tiefe absolut geile vanille fruchtige vanille das macht das nicht dieses viele mögen diese ganz tiefe vanille nicht das ist eine leicht fruchtige trotzdem tiefe vanille ein bisschen ist ganz schwer zu beschreiben absolut lecker und ja der könnte locker ein 300 euro nischen duft sein früher habe ich 29 euro dafür bezahlt jetzt müsste richtig was hin blättern weil es gibt diesen duft nicht mehr und aber der gehört für mich in die sammlung und wenn ihr den noch findet wenn ich ihn noch finde für euch wie gesagt denn schlag dazu das ist einer der besten vanille dürfte die es gibt und das gut ist im background wirklich ganz ganz entspannt eigentlich riecht man ist fast gar nicht sehr nice per real ist so guter letzt kommt ein duft die sind nicht also die sind nicht günstig aber sie haben eine qualität und gehören mit zu den besten dürften leider nicht in der ausstrahlung unbedingt aber von der qualität etc pp sehr sehr ganz war richtig von vorher ganz neboa new york intense das ist hier die 100 ml da müsst ihr euch das so vorstellen der riecht ähnlich wie ich vergesse es mal glaube der amuras jubilation 25 glaube ich ist denn ich glaube ja müsste jetzt ich blende das mal ein aber der ist hier irgendwie einfach besser runde ein bisschen tiefer haltbarkeit ist ähnlich oder ja weiß ich habe den amuras nicht mehr im kopf aber der ist einfach der erwachsene davon sehr geiler duft schöner flakon kann man auch nicht zu sagen gefällt mir richtig nice richtig schöner toller duft eine tolle marke wird sie unten verlinken ihr könnt auch mal gut schon benutzen gibt es ein bisschen günstiger aber das heißt aber die ja die haltbarkeit und die ausstrahlung ist nicht so stark was heißt nicht so stark ihr reden hier jetzt nicht von zwei stunden oder gar nicht richtig davon reden wir ja nicht das ist ja klar aber sie müssten für den preis für mich persönlich müssten sie einfach stärker sein aber sonst auch die ovp und die flakons wirklich sehr sehr nice und richtig geile dürfte frage ganze boah new york intense so leute das waren meine mega dürfte teil zwei auf jeden fall kommen natürlich 3 3 auch und schon geil und dann werden wieder nice geile hammer mega dürfte dabei sein also bleibt dran und schaltet wieder ein bis dann vorigen stock ja 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 Outro